für unsere Forderung einsetzen. Wir haben die besseren Argumente und davon werden wir die Arbeitgeber überzeugen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, unsere Forderung nach unbefristeter Übernahme ist gut durchdacht und alles andere als nicht umsetzbar. Völlig überzogen oder wie Kanne, Gieser und Co. jetzt sagen würden, nicht verhandelbar. Mit der Forderung und der Kampagne Operation Übernahme treffen wir den Nagel auf den Kopf. Wir brauchen und fordern Sicherheit und Perspektiven für die junge Generation. Applaus An alle, die es noch nicht verstanden haben. Unsere Wirtschaft und allen voran die Arbeitgeber schreien nach gut qualifizierten Fachkräften, aber finden keine. Der Altersdurchschnitt in den Betrieben wächst von Jahr zu Jahr. Wir liefern Alternativen und vor allem bis gute Tarifverträge motivierte junge und gut ausgebildete Fachkräfte. Applaus In Zeiten müssen sich nach dieser Tarifrunde ändern weg von der zwölfölratigen Übernahme weg von immer wiederkehrenden Befristung weg von der prekären Gesamtbeschäftigungssituation in Deutschland her mit 6,5% fairer Leiharbeit und der längst überfälligen unbefristeten Übernahme Liebe Kolleginnen und Kollegen ich habe nicht nur das Gefühl nein sondern ich bin der festen Überzeugung dass uns jetzt nur Solidarität Geschlossenheit und Ausdauer in dieser Tarifrunde zum Erfolg führen kann macht euch bereit seid laut und stark lasst uns gemeinsam jetzt das erstreiten was zusteht vielen Dank und Glück auf Applaus 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 Applaus